Schleimiger Matsch! Ok, sind nicht so werbvoll, aber trotzdem. Ich mag sie. Und hier kann man weit springen. So. Juhu! Juhu! Hehehe Schleubr Schleubr So, ich werde das auch dann Dann können wir wieder runter. Ja ok, das reicht, ist mir egal. Ich geh wieder runter. Äh, da drüben. Okay, mal du zuerst. So, jetzt machen wir noch kurz den Rucksack. Wenn wir es können. Sonst kann man das sicher mit Cotton herstellen. Mit Baumwolle. So, ähm, wir haben zwei Pferden hier. Zwei Pferden hier. Und das Cotton haben wir hier. Schauen wir mal. Drei Cotton geben einen Pfaden. So, das reicht glaube ich schon. Nein, das reicht noch nicht. Ich muss noch Pferden sammeln. Okay, mal in eine Höhle. Das ist meistens Pferden. Das müsste ich selber wünschen. Mit Hüttenrüstung haben wir einen Nachteil, das ja sein soll. Mit T-O-R-Sche-e-Rüssi hatten einen großen Nachteil. Die saugen jeden Mist in dein Inventar. Irgendwo war doch hier die Höhle. Da. Mach, äh, Mach Eisen für den Anfang. Weil Eisen findet man viel und sie schützt gut. Was brauchen wir denn eigentlich? Es gibt ein paar Sachen. Schau mit U nach. Das ist immer die beste Methode. Schau immer nach. Und so viel müssen wir ja nicht sammeln. Sonst sprengt er alles wieder in die Luft bis er stark genug ist. Wenn dann zwischen Eisen und DIA. Wenn es nicht so gut wie DIA ist. Ah, hier geht's auch noch runter. Gehen wir mal hier rund. Ja, geht's schön rund. Oh nein. Geht nicht mal rund. Geht nicht mal rund. Was hast du Faden? Faden. Faden. Wird bitte. Wir müssen noch barcodeen. Ich mache aus Coton kurz. Kavad Bamm, Wolle So, haben wir alles Wir könnten hier unten dann Baumwolle anpflanzen und dann später, wenn wir ein Ei gemacht haben, noch die Unsinn-Sachen. Für den Anfang reicht das. Wir machen Escort und Fäden und schauen mal. Ähm, wie geht das schon mit? So, bin wieder zurück. Man muss einfach noch Farbe reintun, mehr nicht. Also, bitte nicht legen. Danke. Nein, also? Das ist falsche Farbe. Das ist C-Blau. Sehr blühe geht nicht. Laps Lazuli. Hä? Was ist der Lohn? Braun. Wo hat er die Farbe, hä? Irgendwas geht hier nicht. Ah, Läder. Ich brauche Läder nicht. Ähm, Fäden. Ich habe nicht genug Läder. 14. Ja! What's up, please? Ich bahn ihn ja auf die Folter. Dir. Schau. Jetzt können wir es noch färben, glaube ich. Ja. Ich kann alles reinziehen. Später gibt es noch große und dann auch Rucksack für extra Inventar. Kann man einfach, wenn es ausgewählt hat, mit rechts klicken. Tja, und hier machen wir wieder aus. Ne brauchen, ob sie, ob sie, ob sie, ob sie, ob sie. Also dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und dann mit vielleicht schon die ersten Dungeons. Ich danke euch für das Zuschauen und für das Liken. Und ja, ihr dürft gerne mit mir diskutieren, was ihr wollt. Und so weiter. Ich kenne ihn relativ gut. Und ja, ich werde euch alles nacheinander zeigen. Wir werden sehr schön bauen. Und man kann sehr detailliert bauen. Man kann die Blöcke noch sehr sehr in ganz kleinen Teile und so weiter. Also es wird richtig geil. Also Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss! Kau! Tschüss... Tschüss! Bye-bye! Tschüss! Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexid! Okay, wir haben uns hier ein Backpack gemacht und... Ja, das seht ihr. Man hat extra Inventar Platz, so. Sonst, er hat noch ein bisschen gefarmt. Mal schauen, was er gefarmt hat. Hallihallo, Special Well. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie ich in einen Dungeon soll. Er will unbedingt in einen Dungeon. Okay, wenigstens etwas. Was soll ich machen? Was soll ich machen, Schuhe? Noch ein Schwert. So. Okay, ähm, ich leg mal die, äh, wasch... Dinge da hin. Wir haben hier momentan nicht. Ein Stiefel. Bogen. Bogen, 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 Bogen. Ein Bogen. Kein Bogen. Ja, was ist dort unten. Ja, gut. Lol. Da nehm ich gleich mal einen nochmal hin. Nice. Thanks. Ähm... Zwei reichen mal. Wenn wir später dann weitergehen. Ist das dann besser. Ja, hier ist sogar ein Schein-Schwert. Dann nehm ich die Spitzhack. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Ähm... Das kann man aber nicht aufladen. Soll ich sagen. Wir machen mal Takt. So. Außer dem Dungeon. Welchen Dungeon? Ja, ja. Ich warte schon. Zu viel Kiel. Habe ich überhaupt Essen, Inge? Oh, du bist doch ein dummes Eselchen. Das geht doch nicht. Ja, die Beeren will ich nicht. Ja, ich brauche ein Essen. Was gibt es denn für Essen? Gebratenes Hühnchen. Wir müssen unbedingt irgendetwas machen. mit Fleisch. So. Wenig Essen. Da ist noch Schweinefleisch. Dann nehm ich doch das mit. So. Ja, dankeschön. Aber für mich bitte. Weil wir müssen sehr viel Leben regenerieren können. So kann es dir nichts geben. Meteoriten. Sachen. Weckle. Ausziehen. Ja, wo? Oh. Ofenkartoffeln. Das ist mir zu billig. Okay. Leicht. Also wir gehen. Komm. Wir gehen. Wir gehen irgendwo ins Eisgebiet. Kommst du? Ja. Schleim. Im Eisgebiet. Eisgebiet. Bei Ensel. Ja, was ist da? Der ist nicht gut. Wir wollen einen richtigen Dungeon machen. Nicht einen kaputten. Am besten einer, der in den Boden geht. Oh. Eine Festung. Schaffen wir die? Wo bist du jetzt schon wieder? Hallo. Ja. Die ist wahrscheinlich ein bisschen zu schwer. Ob wir die schaffen? Keine Ahnung. Ähm. Der selber abgeschmiert. Irgendwas ist komisch. Ja, ich bin da. Am Server liegt es nicht. Am Server liegt es nicht. Dankeschön. Dankeschön. Ah, mal so essen. Was ist los jetzt mit dem? Kommst du? Kommst du? Bin drehen. Ich gehe doch nicht durch den Eingang. Der ist stark bewacht. Er ist hier. Ich bin da. Der ist dankbar. Ich bin da. Mit dem?